Gülcan Kams verkündete vor etwas mehr als vier Wochen, dass sie unbedingt abnehmen wolle. Durch die Corona-Quarantäne habe sie etwas mehr auf den Hüften. Drei Kilo habe sie zugenommen, erklärte sie damals auf Instagram. Ihr selbsternanntes Ziel? Ein Bikini-Body für den Sommer. Und das Ziel hat die Moderatorin nun offenbar erreicht. Auf Instagram präsentiert Gülcan stolz ihren Sommerbody. In einem grauen Sport-BH und Jogginghose strahlt die 37-Jährige in die Kamera und erklärt, sie habe zwei Kilo verloren. Obwohl das erstmal nicht viel erscheint, habe sich aber ihr ganzer Körper verändert und sie fühle sich heute deutlich fitter und stärker. Erreicht habe sie das, indem sie fünfmal die Woche Sport trieb und mehr Gemüse in ihren Speiseplan einbaute. Und Gülcan macht auch ihren Followern Mut. Ihr müsst nur dranbleiben, dann könnt ihr alles im Leben verändern.